Musik Okay, Sven, wir sind soweit. Mhm. Gut, dann können wir starten. Ich rufe. Als ich diesen Film begann, wollte ich die klassische Heldenreise. Mein Held war Sven. Ein taubblinder Mann, der sich vorgenommen hatte, 800 Kilometer durch Spanien zu laufen. Danke. Ja. Hier bin ich. Jetzt gehen wir auf den Herkunft. Genau. Das erste Mal hat er ja vor etwa 20 Jahren davon geträumt. Und jetzt ist er hier. Unglaublich. Als ich diesen Film begann, wollte ich in die Welt eines Taubblinden eintauchen. Und das tat ich. Viele kennen Einsamkeit nicht. Ich bin daran gewohnt, allein zu sein zu Hause. Aber hier allein zu sein ist noch schwieriger. Ich muss früher abbrechen, in der halben fahren, weil ich das mit dem Streiten nicht länger aushalte. Ich tue mir nicht, damit ich dich behalte. Ich brauche dich. Ist das ein Wort für dich? Ich brauche dich. Kannst du beschreiben, wie es dir geht, Sven? Nein, nein. Dann entscheide ich mich. Aber ich möchte, dass wir das zusammentragen. Ich bin auch am Ende. Wer ist der Mutter? Kein Mensch! Ja, er sprach ja davon, in Santiago wird sich alles ändern. Er möchte so sein wie wir. Und er wird allerdings immer Assistent brauchen. Ich bin hier Sven. Ich bin hier Sven. Ich glaube nicht, dass es es schafft. Also ich glaube nicht, dass die Assistenten das schaffen werden. Sven, wo liegt dein Problem? Ich verstehe sie, wieso misstraust du uns? Svens innerer Kampf in Dunkelheit und Stille offenbarte mir eine bittere und erschreckende Wahrheit. Mir wurde klar, dass das Problem nicht die Distanz von 800 Kilometern war, sondern der Abstand einer Armlänge.